Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Asgard von DENY TV. Heute bin ich auf dem Schützenfest in Hannover und nehmen wir jetzt noch einen Gast. Der Gast macht jetzt auch YouTube. Stell dich doch mal kurz vor. Hallo, mein Name ist Gonja Grill und ich bin, wie soll ich das sagen, ich bin neu auf YouTube und mache auch TV-mäßig und ich mache auch Let's Plays vom Handy aus. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Dann würde ich sagen, ich verlinke euch Gonjas Kanal auch dann unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Und dann am Ende dieses Videos wird der Kanal auch verlinkt. Dann würde ich sagen, ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder vom Schützenfest und dann viel Spaß dabei. Jo Leute, dann war es jetzt auf jeden Fall das Video vom Schützenfest aus Hannover. Schaut auch ruhig gerne mal bei Gonja vorbei. Ich werde jeden Kanal hier unten in der Videobeschreibung verlinken und dann nochmal am Ende des Videos. Lasst bei Gonja auch ruhig gerne ein Abo da und abonniert mich auch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren und dann unten in die Kommentare schreiben, DENY TV, Hashtag Glocke. Und dann werde ich euch beim nächsten Video erwähnen. Bis denn, euer DENY von DENY TV. Ciao.